Rassismus-Skandal bei The Voice of Germany und die Presse schweigt kollektiv dazu. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, wie, Rassismus bei The Voice of Germany, hab ich gar nicht mitgekriegt, das ist doch irgendwie was anderes, wegen Lästereien oder so. Haha, genau. Hier wird Rassismus einfach zur Lästerei erklärt, oder auch hier und da zu fiese Sprüche. Doch hätte sowas jemand von der AfD gepostet, dann wäre das Ganze ganz anders abgelaufen. Aber was ist eigentlich passiert? Bei The Voice of Germany trat eine Kandidatin auf, die hinter den Kulissen der Giovanni-Zarella-Show arbeitet. Und als die dann fertig war, mussten natürlich Willa Möchtegern lustige Sprüche kommen, wie das so üblich ist in dieser peinlichen Sendung. Und weil in der Staffel ein Jahr zuvor der Zarella auch da mitgemacht hat, als Coach, also einer, der auf diesen roten Stühlen sitzt, musste Mark Forster die Behauptung auspacken, der Stuhl würde nach billigem Parfüm riechen. Abgesehen davon, dass ich mich sowieso wundere, warum einer der schlechtesten Sänger Deutschlands dort hocken darf und das schon seit gefühlt tausend Jahren, frage ich mich auch, warum man glauben kann, dass so ein Spruch wie »Es riecht nach billigem Parfüm« irgendwie lustig ist. Aber okay, vielleicht hat er das von Jan Böhmermann geklaut. Aber gut, hier sind wir noch nicht beim Rassismus, hier sind wir einfach nur bei Inkompetenz. Im Bereich »Möchtegern lustig«. Wobei sich natürlich die Frage stellt, ob jemand das als Skript denen vorgeschrieben hat, das zu sagen, wobei ich dann den Gag-Schreiber rausschmeißen würde, oder ist dieser Billigwitz, der noch billiger als Billigparfüm ist, tatsächlich auf dem eigenen Mist von dem gewachsen. Ob es deswegen bei The Voice of Germany in der Nähe dieser Stühle immer nach Mist riecht, man weiß es nicht. Na jedenfalls, wie das typisch ist bei solchen Sachen, einer muss immer noch kommen und irgendeinen Blödsinn draufsetzen. In der Hoffnung, »Oh, jetzt bin ich der Coolerer, jetzt bin ich der Coolerer, weil ich den viel cooleren Spruch gemacht habe, yeah!« Auf die geistig umnachtete Idee ist dann Yvonne Katterfeld gekommen, die behaupten musste, »Vielleicht sind da noch Pizzareste da.« Bei so einer Äußerung denke ich mir, »Sind da vielleicht noch Gehirnreste da?« »Wahrscheinlich nicht.« Jetzt würde ich ja gerne sagen, dass das die Gehirnleistung eines Zombies war, aber, na, Zombies können ja nicht sprechen. Aber vielleicht ist Yvonne Katterfeld ein intellektueller Zombie. Man weiß es nicht. Jetzt ist es natürlich schwierig, hier gleich Rassismus zu vermuten. Hm, schwierig. Sind so Pizzasprüche als rassistisch zu werten? Ähnlich wie Pasta-Sprüche so. Ich meine, wir kennen doch sicherlich alle das berühmte »Basta-Fresser«. Übrigens, ich bin zwar kein Italiener, aber auf jeden Fall ein Basta-Fresser. Ich habe das Zeug kiloweise gebunkert. Tatsächlich kiloweise. Also 10 bis 20 Kilo. Hm-hm. Kein Witz. Na jedenfalls reichte denn dieser Pizzaspruch nicht aus. Man muss das noch so ein bisschen pushen, noch so ein bisschen untermalen, noch so ein bisschen nach oben schieben. Ja, Sat.1 hat das nicht ganz ausgereicht. Sat.1 war da noch nicht so ganz zufrieden. Und Sat.1 hat da selber noch mal eins draufgesetzt als produzierender Sender, beziehungsweise das Produktionstheam. Man musste das Ganze noch mit einem musikalischen Klassiker aus Italien unterstreichen, und zwar »Lasciate mi cantare«. Und das hat dann wohl riesig Zoff hinter den Kulissen gegeben. Zarella selber will darüber nicht mehr sprechen. Und Sat.1 hat mittlerweile diese Folge umgeschnitten, sodass das Ganze so nicht mehr drin ist. Also quasi praktisch zensiert. Der eine oder andere wird sagen, na ist das gleich Rassismus? Und ja, schwierig. Aber jetzt stelle sich mal vor, da hätte ein Deutscher gesessen und ein anderer, ich sag mal, türkischsprachiger oder türkischstämmiger Sänger hätte dann behauptet, hier stinkt's nach Kartoffeln. Von daher, wie rassistisch das zu werten ist, möchte ich mal im Raum gestellt lassen. Aber ich betone nochmal, hätte das irgendeiner von der AfD im Bundestag von sich gegeben oder irgendwie auf Twitter gepostet und pipapo, dann gäbe es einen Riesenskandal, Riesentheater und man hätte wieder noch einen Beweis für den gesicherten Rechtsextremismus der AfD, um sie dann zu verbieten. So wie es ja schon rechtsextrem heutzutage ist, wenn man als Mensch, als Familie favorisiert, Mutter, Vater, Kind. Ja, das typisch biologische, traditionelle Bild jeder Familie auf der Welt ist rechtsextrem, jedenfalls in Deutschland. Hm, heißt das denn nicht, dass Mutter Natur gesichert rechtsextrem ist? Ah, schwierige Frage. Außer jetzt bei sowas wie Schnecken, die sind geschlechtslos, aber was so Säugetiere sind, Säugetiere, ja, alle gesichert rechtsextrem, ist wirklich so. Ich befürchte ja die Machtergreifung der Pinguine. Aber bleiben wir bei dem Pizzaspruch von Yvonne Katterfeldt. Der so oder so auf jeden Fall dumm war. Und wie gesagt, die Frage ist natürlich, hat sich Yvonne Katterfeldt diesen Kokolores selber ausgedacht oder steht das in irgendeinem Script, dass die das so sagen sollen? Das wäre ja mal interessant, das zu wissen. Und für die, die es nicht wissen, ja, Giovanni Zarella, wie es der Name eigentlich schon sagt, der hat italienische Wurzeln. Deswegen der Spruch mit der Pizza. Und nein, ich bin kein Fan von Giovanni Zarella. Im Gegenteil, ich bin manchmal gezwungen, den seiner Sendung zu gucken. Und so ganz glücklich und zufrieden macht mich das nicht. Und ja, auch wenn ich mir freiwillig Ross Antony's Sendung niemals angucken würde, würde ich sagen, den sein ist noch erträglicher, obwohl der so ein Hopse Flommi ist. Aber gut, bleiben wir bei der Pizza. Ich finde es auf jeden Fall absolut dumm, das jemanden zu unterstellen, nur weil er Italiener ist, weil Italiener essen nicht grundsätzlich Pizza. Und abgesehen davon, eines der beliebtesten Essen der Deutschen ist Pizza. Also die Wahrscheinlichkeit, irgendwo Pizzareste zu finden, deuten eher auf einen Deutschen hin als auf einen Italiener. Und an sich ist der Deutsche sowieso ein durch und durcher Italiener geworden, jedenfalls von der Esskultur. Gilt im Übrigen auch für mich, wobei ich lass keine Pizzareste übrig. Nicht mal den Rand. Und naja, ansonsten, wer keinen Bock auf Tiefkühlpizza hat oder keinen Bock hat, sich das selber zu machen, der bestellt sich das Fastfood-mäßig bzw. holt sich das. In meiner nächsten Umgebung gibt es 13 Möglichkeiten, sich eine Pizza zu beschaffen. Und drei davon haben einen tatsächlichen italienischen Hintergrund. Na jedenfalls, wer mich fragt, Pizza ist auf keinen Fall typisch italienisch. Weil am Ende ist es einfach nur ein heiß gemachtes, belegtes Brot. Und das haben die Italiener nun mal nicht erfunden. Im Prinzip könnten das sogar schon die Steinzeitmenschen erfunden haben, weil das älteste Brot der Welt ist 14.000 Jahre alt. Da könnte es halt auch sein, dass einmal so ein Stück totes Tier draufgelegt wurde und heiß gemacht wurde. Na jedenfalls, Brot mit irgendwas drauf ist in allen Kulturen verbreitet. Und das dann noch heiß machen, ist nicht so eine große intellektuelle Leistung, dass man sagen kann, Die, die es erfunden haben, das waren die Italiener. Es ist viel wahrscheinlicher, dass das jeder mehr oder weniger selbst erfunden hat. Aber selbst das, was wir als Pizza kennen, ist überhaupt nicht typisch italienisch. Jedenfalls nicht so, wie man uns das verkaufen will. Denn Untersuchungen haben mittlerweile herausgestellt, dass diese Geschichte über die Pizza Margherita frei erfunden ist. Und die echte Geschichte der Pizza geht so. Erfunden in Neapel. Der Teig war fest, von außen verbrannt, innen noch teigig. Und Tomaten waren da auch nicht drauf. Erst durch italienische Auswanderer in Amerika ist man auf die Idee gekommen, das ein bisschen anders zu machen und eben diese typische Variante zu machen. Also Tomate, Mozzarella drauf zu machen auf die Pizza, das ist eine Idee aus Amiland von italienischen Amis sozusagen. Und naja, die Tomatensauce stammt auch nicht aus Italien, die stammt aus Spanien. Übrigens, die Infos habe ich aus einem netten kleinen Interview, einfach mal Link in der Videobeschreibung anklicken. Da gibt es noch viel lustigeres und interessanteres über das italienische Essen, was gar nicht so typisch italienisch ist. Übrigens habe ich schon vor Jahren mal eine kleine parodistische Variante zur Geschichte der Pizza Margherita erfunden. Und zwar die wirklich wahre Geschichte, warum es Pizza heißt. Denn wir sprechen das schlichtweg falsch aus. Denn eigentlich müsste es Pizachowitsch heißen. Ja, einst gab es einen Zar in Russland, den großen Zar Pizachowitsch. Und der war halt irgendwann mal auf Staatsbesuch in Italien. Und da es der einzigste und erste Zar war, der nach Italien gekommen war, wollte man ihm mit gebührenden Respekt empfangen. Und so sollte zu seinen Ehren als Begrüßungsgeschenk ein Gericht erfunden werden, das aus den Zutaten besteht, die Zar Pizachowitsch am liebsten mag. Und so entstand das, was wir heute als die berühmte Pizza kennen. Und als man dem Zar Pizachowitsch das Ganze serviert hat, war er so begeistert davon, dass er sich sofort tausend solcher Pizzas machen ließ, die damals noch nicht so hießen, und wollte sie ans Volk verteilen. Denn als er abreiste aus Italien, verteilte er frei heraus ans Volk dieses leckere Gericht. Und das italienische Volk jubelte ihm natürlich zu. Und da den Italienern damals der Name Pizachowitsch beziehungsweise Zar Pizachowitsch etwas zu lang war, haben die das schlichtweg abgekürzt. Und als der Zar ihnen diese leckeren Gerichte zuwarf, schrien sie Pizza, Pizza, Pizza. Und so entstand das heutige Wort, das heutige Gericht, das wir als Pizza kennen. Und wenn ihr wen mal spaßeshalber verblöd verkaufen wollt, erzählt er ihm genau diese hanebüchende Geschichte. Manche zweifeln dann tatsächlich und denken, ist das wirklich echt? Ja, war das wirklich so? Aber Vorsicht, nicht, dass ihr von der Stasi-Ampel eingeknastet werdet wegen Fake News. In diesem Sinne, bitte nicht verhaften, ist nur Spaß, Spaß, Spaß. Vielen Dank.